Was geht ab? Ich bin's wieder. Euer Lonski. Heute mit dabei Finn und Paul. Finn, bist du da? Ja, achso, achso. Begrüß'n komplett verkackt, Digga. Und heute mal in Season 9 versuchen hier Champions League zu kommen. Mir fehlen nur 88 Punkte. Ardona, Leon. Leon. Ja. Verarschen dich. Was denn? Ich streamen jetzt. Oh, moin, Jonny. Nein, verarschen wir nicht. Was denn? Verarschen wir nicht. Ich versuch heute zu stellen. Mir fehlen im Ernst 88 Punkte. Verarschen nicht. Leon, ich werde verarschen nicht. Ich kann die Bildschirken aus mir nur 78. Sorry, 78. Digga, bist du dumm, Alter. Was denn? Verarsch mich nicht. Hä? Ich weiß gar nicht, was du gehst von mir und ich sag einfach, verarschen wir nicht. Digga, ich bin gerade am YouTube auf Streamen und ich sag so, begrüß'n mal komplett bei Ihnen verkackt. Ja, einfach aus. Ja, einfach aus. Einmal, einmal, einmal. Ein klatsch, einmal mit. Ein klatsch, einmal mit. Nein, 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 nein. Ach, Digga, ich muss die Christentrone mitnehmen. Das ist lecker. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Ein Einhorn! Ja, was ist das? Okay, dann wünsch' ich mir einen Freund, mit dem ich auf... Was? Ob du dumm bist. Ich bin dumm. Was? Bin ich dumm? Boah. Oh. Bis vor. Glalingststrm. Ich will mir drauf gehen. Ich muss nicht mal lieb, was sie da war. Ich hab dieses kleine Lied hier gelandet. Ich will nicht drauf gehen. Wie ist denn das die Trotz-Gesatzsteine? Ja, blau. Ich hab' den Weg, meine Liebe. Nur dein Schicksal. Und deinem Weg. Oh, endlich kommt er! Oh, ich hab' den Weg. 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 Ich hab' den Weg. Digga, sucht viele haben schon den neuen Hang-Lang. Du hast die neuen Hang-Lang. Hey, ach du, die wurden Hängen glättest du schon? Nein. Ich auch nicht, Digga. Komm, komm, Lorie, Digga. Ich hab' den Weg. Ja, das war ja ganz wichtig. Ich hab' mich nicht mehr. Ich hab' mich nicht mehr. Kann jemand bitteschön im Orangengerechtigkeit im Hintergrund ausmachen? Digga, das fackt ab! Paul, ich stumm dich gleich oder kick dich! Ja, okay, okay, bin ich nicht. Oder Paul macht's weg. Mach ich doch, chill! Ist der Stroh dumm! Ja, natürlich geht er mit der MP in! Digga, Junge! Dieses Game ist so trash! Was? Ja, okay, komm! Hallo, wo ist der Typ? Ja, du kippst doch auf dich doch! Ja! Ja! Wie viele Tage zeigen mich angeschaut! Ich freue mich gerade! Digga! Das Game ist trash! Ich hab dich eingeladen! Digga, komm doch einfach bei mir geladen! Ich kann dich nur einladen! Guck ins Stream rein! Ich lass dich jetzt ein! Ich lass den aber Arena holen nochmal! Ach, den Erbock! Ach, den Erbock! Weil ich möchte heute Champions League zu kommen! Ja, bist du noch nicht! Ich bin noch nicht Champions League! Du Lappen! Und was? Ist auch noch nicht Champions League! Ich weiß nicht! Wann ich dich jetzt einladen? Ja! Ja, lass doch ein! Ja, warte schon! Hier bist du! Hast du dich auf Offline gestellt? Ja! Ach, den hier bist du! Ich hab mich Offline angezeigt! Ich hab mich Offline angezeigt! Ja, träg mir doch ein! Ah, ja, okay doch! Ah, ja, okay doch! Wer auch mit Orange Gerechtigkeit anzugeben! Na, ne, ne, ne! Wer auch mit meinen Lieblingsdarm anzugeben! Wer auch mit meinen Lieblingsdarm anzugeben! Ich bin ganz normal! Ich hab mich auf die Karte gesehen! Das tut mir nicht! Nee! jetzt die Klin das steht da und wie viel die aktive Zuschauer hast du ein MN nur er habe ich gesagt ich bin ich bin jetzt aber auch schwer ich muss noch ein bisschen vorwärts das ist alles was ich weiß 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 auch was ich weiß was ich noch nicht war Bei Leidens ist die Lagunen, wie er sieht jetzt. Oh Gott. Bei der war ich, bei der war ich, bei der war ich. Ja, ich darf mich überreichen. Nee, bei der war ich ja nicht. Hey, warum hab ich übersehen? Ich bin vorher an der vorbeigeflogen, hab ich sie nicht gemerkt. Ah ja. Schau mal, ja, und warum streamst du, wenn du eh Felsenshow hast? Jetzt bock mal. Wenn ich seh, dass mir ein Inhalt von 13 Minuten, kann ich keiner zugucken, dann hab ich hier einfach abgeschüttet. Paul? Ja, das war die letzte von dir. Das war ich, die hatte ich schon. Natürlich. Hey, mir fehlt noch eine. Meine Chess, bitte. Ja, ich brauch auch Money, bitte. Ich krieg die Money von ihm. Ja, komm her, hier. Danke. Ich werde das Konto gefahren. Ich werde nach Luke nicht gucken. Vor mir ist er noch. Seht. Oh, es ist loan. Hab ihn. Mal. Ich brauche die von da, ich brauche Snipe jetzt. Von wem hast du einen Snipe bekommen? Von dem Typ, der hat mich gekürzt drauf. Also wenn wir uns hingeblieben sind. Digga, der ist gut! Der ist gut! Ich gebe ihm 3 Headshots und der gibt mir ausgerechnet einen Headshot. Ich habe 28 HP. Da. Also da. Er kann pushen. Kannst du das medkit dann haben? Mhm. Ah, das kann ich jetzt nicht. Ja, so. Oh, ich habe sogar zwei Aufgaben geschafft. Danke. Danke mir und dass du mir den Kühlschrank gestoppt hast. Aber danke, dass du mir gelassen hast. Was hab ich denn noch? Ja, schon ich gerade. Also ich muss, wir müssten einmal Scots spielen, dann muss ich unter den letzten zwölf kommen. Und Fügel geht. Ich weiß nicht, wie die letzte 6 kommt. Bei Tagesmission. Ja, okay, lass dann Aufbau machen. Der glaube ich schon ist schon recht. Also hast du schon die Musik von euren Gerechtigkeiten? Mhm. Und wie findest du? Und wie findest du? Ja, relativ gläuliger. Ich hab mir auch erst am Ende den Battle Pass geholt. Ja, hör mal dazu. Du musst wahrscheinlich glauben, dass das nicht stimmt, aber ich bin wirklich so. Ich hab, ich hab, ich hab, ich war auf April fast du für 26. Dieses Season. Äh, und ich hab den, ich hab den nicht bekommen. Du bist auf April fast schon, und ich hab ihn nur noch Nr. nur schlussend 26 er wurde am 11 und stürzt ihn wir waren waren was die stufe am ende der sieben oder anfang der sieben Ende wurde sie auf 30 bis ich hab anfangs diesen vierten vorweg relativ gut einig ich hab dann halt irgendwann habe ich immer zwölf aufgehört aber begleitet dass ich den Tanz bekommen und bin aber diesbekommen und ich bin selbst anwesend wir gucken die jetzt zu lernen einer einer voll bestimmt Ich glaub du, Paul. Hier ist irgendwo jemand. Das bist nicht du, weil ich... Ich bin auch im Haus. Du hast gerade die Trug geöffnet, oder? Ja. Ich finde, die neue Pumpgun... Ich hab mich jetzt gar keine in dieser. Die ist zu overpowered, der war, glaub mir. Nein, ich hab zwei Leute gespielt. Wir waren zwei Leute, die haben beide einen 5-Ziger von mir bekommen. Der eine hat sogar einen 9-Ziger bekommen. Der eine hat danach keinen Schuss mehr getroffen. Der Schatz hat keinen Schuss getroffen. Der Schatz hat keinen Schuss getroffen. Ich find, die ist nicht überpowered. Die macht Headshot in 132. Warte, weiß warum die überpowered ist. Die schießt schneller als die Tactical. Schießt schneller als die Tactical. Und hat mehr Schuss in... Die hat halt... Die schießt schneller, weil sie mehr Schuss hat. Ja. Aber die soll trotzdem die Pumpgun kommen sollen. Ja, was ist? Ich höre ich. Ist sie noch da? Ja. Weil, mein... Controller geht nicht leer und ich will sie nicht vernehmen. Okay, gut. Angesteckt. Wie lange ist denn deine Zone? Auf, dass du jetzt hier Luft rausgekommen? Nö. Ja. Ey, ich nehm noch die Bandazen mit. Mhm. Hä? Die Zone ist nicht verholen. Ich weiß. So geil, Loot, Digga. Graue MP, blaue Pumpgun. Oh ne... Oh ne... Oh ne... Ich geh gleich Zone nicht Loot machen. Loot, Geil. Sorry, wenn ich das aber sage. Hä, Digga. Guck mal. Wir sind fast in ne Zone. Warum soll ich denn nicht... Ey, Leon, Biggie. Ah ne, den bin ich nicht. War ein Minigun. Kannst du nehmen, ich nöse nicht. Kannst du den... Kannst du dann bisschen nehmen? Minigun. Ich bin Minigun. Ich bin Minigun. Ich bin Minigun. Die wurde gepatcht. Sie sind vier. Ist ja schon klar. Nachdem hatte keiner... Ich hab die nur noch zugepowert. Nein, die ist nicht mehr overpowered, Digga. Weiß denn, die so hart gepatcht wurde. Guck mal. Die hat jetzt sogar Energie, also dass man nicht so... Lassen nicht, dass man alle Schüsse hintereinander abgeben kann. Hey, das war schon immer so. Nein. Ey, Digga, ich hab 15. Ich hab 15. Ich hab 15. Ich hab 15. Ich hab 4 Männchen. Ey, ich hab Jumpit dabei. Ah ja. Paul, guckst du geradezu? Das war nur so ne relativ Frage. Lass mal gucken. Lass mal gucken, wo nichts zu tun ist, weil dann können wir doch die Jumpit nutzen. Komm, ja. Warte mal. Lass mal hier hin und hier hingehen. Lass schon gasiert sogar sie und dann lassen den's. Ja. Hä, die Gasierung wurden doch rausgenommen, oder? Ne, dann ist doch noch eins. Ja, stimmt. Weil das die ist jetzt keins mehr, oder? Ich find das übel scheiße, dass sie gesehen was raus sind, find ich. Also so ein paar raus sind nicht. Weil ich fand die movies geil. Ich find diese Nussröhren aber auch gut. Ja, die sind aber scheiße. Ich find die sind irgendwie voll scheiße. Schau mal, wenn ich jetzt, wenn du hier so ein Gegner schießt, gibt's einen 99er, der hat 1 HP und fliegt dann einfach durch die Dinger und du kannst nicht weiter anhören. Es wär geil, wenn du in den Dingern, wenn du fliegen würdest und dabei schießen könntest, das wär geil. Naja, das wär zu... das wär zu... Ernsthaft, das wär zu overpowered. Lass jetzt nicht. Naja, das wär's nicht, weil dann wär's fair. Weil dann könnt ihr, wenn der, wenn der eine jetzt abkommt und den Blink bei dir, dann könntest du den hinterher bringen und die Abschüsse dabei. Das wär nicht überpowered. Vielleicht ein bisschen, aber... Digga, die sollen anstatt die neue Pump, also die Kampfschruttflinte, eher gesagt die Dings, die eher ne Tactical rausbringen. Äh, ne Mischung aus Minigun und ne Tactical. Hä? Hat nicht und an ihn nur gestern Abend die Idee. Ne, und schau, 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 schau mal, ich, 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 es gibt was Backeres, die immer schneller werden kann. Digga, bei mir sind Lappen. Ich weiß, hab ich gesehen. Der richtige Franz gefunden. Ich auch, bin hinter hier. Warte, wenn die, wenn die abfliegen, dann müssen wir mitfliegen. Das ist Ehrenwetter. Ich hole ihn gleich, ich hole ihn gleich ein. Ich bin schneller als der. Der Typ ist ehrelegal, den gleichen Skin geht. Er ist abgebogen. Ja, meiner bleibt noch, meiner bleibt noch. Ich bin raus. Jetzt bin ich wirklich. Oh fuck, ich komm hinterher. Gaunerin, Gaunerin. Was, ist Gaunerin bei dir? Ja. Ich bin Gaunerin. Auf euch wird geschossen. Aber und, weil ihr auch Gaunerin? Digga, wir sind so auf die. Digga, ich hab' abgeschossen. Ja, von nem Teammate wahrscheinlich. I like you. Komm, die sind abgehauen. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Komm, jetzt müssen wir aber anfangen. Jetzt reicht's mir. Der Typ ist ehrenlos. Ja Digga, wir sind hier mit Boat. Ich bin ganz von allen Seiten leer und von allen Seiten. Von hinten auch noch. Kann ich machen. Kannst du mir helfen? Bei mir ist ein Gegner. Hä? Sag ich doch, die ist super-powered. Ach man, ich hab getanzt. Ich hab so Karma passiert von hinten. Die sind so ehrenlos. Was ist denn, warum verlässt du... Ich bin Bis zum nächsten Mal. Brrrr, Brrrr, Cleasy, Clep. Ein paar. Wo muss Finn hin? Was ist das Spielchen? Ich brauche irgendeine Aufgabe, die 10 gilt, sei die Team jetzt schon wieder zu 6. Hier. Elevierungen mit tiefen Rohrwaffen, könnt ihr mir irgendeine Sniper oder so geben? Dann kannst du mir eine Heavy Sniper finden, aber du musst mir dann deine Bolt geben. Ich? Das ist doch Gruppenwirrfahren machen können. Oh mein Gott, stimmt. Ja, also schon mal für euch alle. Ich kann irgendjemanden eine andere Sniper geben, wenn ihr mir deine Bolt gibt. Und dann eine Heavy Sniper, ich meine Scheiße, ich brauche irgendeine Waffe mit... Sie hat ein Ohr. Nimm das Korb daher. Die ist voll scheiße. Tossi mal sind sie, wäre auch nur Pisser. Das ist ja so, dass du die nächste Fähigkeit hast. Ich hoffe, der kann auch noch blieben. Der kann auch noch blieben. Mein Brom noch blieben. Ich weiß nicht, wie sie einfach blieben. Ach, halt. Halt. Oh, nur ein Fick. Hi. Hi. Ich finde es schade, dass die normalen Pumps raufgefetzt wurden. Leon? Oh, das ist halt ein Zeck. Ist hier noch drin. Hallo? Leon? Hast du besoffen? Leon! Schwänze! Deine Mutter hat keinen. Dein Vater! Ja, okay, meine Mutter hat keinen. Dein Vater hat keinen. Ach nie. Mein Vater hat auch einen. Und ohne nichts, nein. Nein, das Paradeus ist das Paradeus Paradeese. Oh ja! Ey, wir sind hier in der Barschandos-Parschandos jetzt. Ey, wir sind hier in der Barschandos jetzt. Wenn wir gelandet sind, dann... Trio-Score. Nein. Wir hätten eigentlich einfach Trio-Score einstellen können. Ist so. Ach, scheiße. Oh, Junge, ich glaube ich... Ich bring meine Panik ins Paradies. Eine gelandet sind. Dann stimmt die auch so. Warum, Böder Köter? Deine Mutter ist nicht da, wie... Fick du. Digga, warum? Schau mal, ich versteh's nicht. Warum gehen so viele im Appell da ist? Ah, weil ich das... Weil es da einfach... Wie du so doppelt? Ich weiß. Boah, eine schöne Person, egal. Hab ihn? Oh, schau mal! Pipp! Schuhe schaffst du Glück. Karma. Digga, sagt wenn jemand... Karma, Junge. Dieser Gegner... Karma, Junge. Dieser Gegner... Dieser Gegner hat gerade nur Karma kassiert. Ich schieße ihn so einmal an Kopf. Er verlässt du einfach. Das ist keine Bitch-Kind. Juh, dann kannst du schon. Na, komm. Ich hab Minis. Was? Alles klar, komm. Einer hat noch genug. Ja, hier wo ist einer. Das ist super. Ich geh mir ganz kurz ein Mini. Findste dir? So, mir kommt gerade einer. Ich hab' mit dem blöden Tempel gefickt, du blöds. Ich hab' mit dem blöden Tempel gefickt. Du blöds. Ich hab' mit dem blöden Tempel gefickt, du blöds. Arschloch Du hoffst auf mein scheiß Zehen rum zu riechen Pfff Gell auf mein Bett kackt in die Fresse Aber halt's Maul Scheißgebiet Pfff Digga Julian alter Was? Sit down Ich schimpf Flo immer noch in der Lobby Ne mehr in die Zehen und Leben Was? Ja Flo ist noch in der Lobby Mach ein Trios Also Raul Ey Julian Ich kann nur durchspielen Ey Leon Ey Julian Ja Kannst du mir ähm Ich hab ähm Beschlagene Hacke kaufen Nein ich hab 350 E-Bucks Oh Hose Ich weiß Was Hose Lern dein Skin ist so hässlich Ich hasse diesen Fußballer Rote Ritterin bester Skin Ich feiere diesen Ich feiere diesen schwarzen Fußballer überhaupt nicht Aber die Reisgleichen sind alle geil Den schwarzen? Ja ich feiere diese ganzen Neger und Negarina nicht Diese ganzen Negerstangen Hast du was gegen die schwarze? Nein in echt nicht aber ich find die Skins halt so hässlich Ja stimmt auch heute wirklich Ich find aber Frauen Skins eigentlich Ich find Frauen Skins eigentlich Ich find die geiler als männliches Skins Ja ist so einfach Oh hier ist auch der Hunde da Wenn ich so Das ist ganz so süß Hey lass den ausgehen Hä? Du siehst schon? Was hast du denn gesagt? Ich wäde Paula ich schieß dich auf Wer hat Money aus seinen Nacken bekommen Inschallah Warum wieder Paradise hat nicht so dumm Nero bist du dumm? Ja Nero ist dumm Nero 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 Schade. Und in dein Maul gewichst, in dein Arschloch, du Hurenwurm. Hier ist eine Kiste. Fickst du behinderte Schuh. Nimm mich nicht. Noch besser geht's ja gar nicht, ne? Ach, halt dein Maul. Ich kann dir in dein Z-Arschloch rein schieben. Du bist ja, ne? Mann. Mann. Halt Maul. Halt Maul. Nein, nicht du. Ich mein mein Hund. Du sollst Maul halten. Der soll die Fresse halten. Dann schiebe ich den gleichen Tampon in seinen Arsch. Hier ist das Tampon-Gefick, dass Kinder... Halt Maul! Scheiß Hund. Das ist bei euch, oder? Nein, bei mir nicht. 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 Ich hab nur ne Pampon. Ne Strasse. Ich komm gleich. Ich bin nur noch schnell in den Mini. Äh, die hängen wir da mal nicht. Ich hab auch keine Metz, ne? Das hat das Großsache probiert sein. Ich hab ne Trap. Ich hab ne Trap. Wenn du das schaffst, dann kriegst du drei Augen von mir. Hä? Ich konnte die Kiste durch die Wand öffnen. Doch. Ja, ja. Das geht. Hacken. Ich liebe Hacken und Kacken. Ich schicke deinen Arsch. Ich will noch. Scheiß hab ich gesehen. Nein, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, warte. Ja. Wo sind die Nutsch-spürten denn? Ich geh da jetzt eiskalt rein. Wo soll die Nutsch halt kommen? Ja, du kleine Absauber. Ist so, gell. Bevor der Absauber. Ach, der geht ja nie hier, Mann. Ja, ja, ja. Dann lass du spielen. Lepp, lepp. Geht doch nicht mehr. Ach so, das lang geht noch. Bei mir stand da ein Name drüber. Waaah. Wie geht das? Ich bin los hier gegen euch zwei. Was ist? Ich mach gar keinen Entwurf. Boah, bist du so schlecht, darfst dich nicht. Ach, halt die Fresse, Salina. Ganz ehrlich. Ich glaub mir, ich leg dich nicht an. Irgendwie hat man schon gesehen, wie leicht ist es. Du, du vorhin bist. Hat man schon gesehen, hat man schon gesehen. Der passt. Schon ein paar Mal. Hast du heute Zeit gemacht? Hast du heute Zeit gemacht? Ja, schon ein paar Mal. Also hast du jetzt heute Zeit? Ich weiß nicht. Ja, ich spiel lieber Solo Sport als mit den Trios. Aha! Das kann ich dir tun, dass du jetzt sagt, mir und der ist davor, als er ja kommt. Ich spiel' jetzt mit Kamp anderen. Ja. Ja, als mit euch leiden. Karte eben sagst du ja komm, lass uns spielen. Na, lass uns spielen. Ja, komm, lass uns spielen, denn ich hab komm doch mit dem zu fielen. Dein Ernst. er war ja mit dem wasser in der harmonie ich habe 15 schuss ich hab 20 Ja, ich komme hier. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich dachte, ich habe mich nicht mehr aufhören. Ich hab heute noch einen mit Philippe, was hättest du mitgespielt, das ist mit Philippe und Philippe. Ich war im Aufzug, kann es hin? Ich fahr gerade ganz zur Zeit mit den Luftpfeiern. Komm, 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 komm. Komm, mach mit. Na, schade. Ich bin mal mit. Das ist das. Nein, nein, nein. Hast du die Sotositte vor zwei Tagen kauft, oder? Wer war die gestern drin? Nein, ich war vorgestern drin. Wer war vorgestern drin? Wer war vorgestern drin? Wer war die gestern drin? Wer war die gestern drin, oder? Die Kuhnen, da ist die Kuhnen, der Kuhnen. Ich hab die dieses nicht gemeint. Wer war kreativ? Ja, ich hab Banilo. Wir sind zu tun. Oh, ich... Wer ist das noch drin? Der diese... Ich hab doch gesagt, diese die Kuhnen-Type. Ich bin Banilo gegen euch drei. Oh, Digga, du bist schon eine Pussy, alter Leon. Digga, ich will dich im 1 gegen 1 auch auseinandernehmen. Okay, ist klar. Dann würde er echt schaffen. Mhm, ist klar. Ja, wirklich. 10. Hm? Der hat einen Headshot bekommen. Achso, soll der da hinten laufen? Ich bin... Ich bin schon weitergelaufen. Digga, du... Hans, du hast jetzt mit Scheuner? Ach, ne... Den gibt's immer schließen, Hund. Nacken, du Hund. So lang ist du gerade gekommen? Ja. Ist das so? Ja. Die hüchterin ist der TRT rumgekrieg. Der Guterleon ist da stehen! Ah! Wir sind Hanse! Ach, fuck! Ja, was ist das? Warte, ich stell mich drauf, fahr, 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 fahr! Nein, es geht fast! Warte mal! Dann! Okay, tschüss! Ich geh in die Zone! Hör doch auf, Mann! Mann! Troll in die Zone! Tschüss! Das ist so, Mann! So, Opfer! Wir sind gegen sie! Ich komme, ich komme! Wo? Bei mir? Oh, wie ist das? mit diesen typen bei den lockt hast dann ist nur noch einer in diesem haus in den kleinen bei der folie nicht an der die ruhe ist genug 28 6 gewesen ich hatte nur ich hatte ich bin ja auch alleine hingegangen also ich bin ich bin ich bin ich gekommen ich hab den antippen noch genug aber nicht ich bin oder nicht Warte Warte mal kurz Warum lädst du mich jetzt um? Hallo? 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 Ja, er spielt Finn noch mit oder nicht? Finn will nicht mitspielen, er spielt mit einem Freund. Achso. Ok. Kannst du auch noch machen? Wie findest du die neue Season? Kannst du auch noch machen? Ah ja, klack, klack. Ey, ich find die auch geschossen. Ich kann kein Dancer machen. Ja, nice. Und ich... Eigentlich steht die ganze Zeit Suche nach Abwälz. Keine Ahnung wieso. Suche nach Abwälz. Obwohl mein Weh dann gar nicht im Arsch ist. Aha. Im Shop ist auch nur Müll, alter. Schrittwechsel finde ich geil. Kannst du auch diese Fortbytes sammeln? Äh... Bei mir steht in zwei Stunden kommen die erst. Die neue Fortbytes. Ja. Hast du Battle Pass gegönnt? Naja. Ich find den anders scheiße. Mir gefällt nur ein Skin im Battle Pass, Vega. Welcher ist das? Vega. Ja, wie auch die da auch schon. Anfang oder? Der erste Skin oder? Der ist auch ganz okay, aber... Nein, das ist nicht der erste. Aber der ist... Der erste ist okay, ja. Ja. Hat dir gedacht? Ich meine, die passen. Oder wollen wir... Was hat Parking? Kann mir auch aufhören an. Oh shit. Oh Mist. Ähm... Blutleck tiltet. Ja. Ja, mein Ding. Ich brauch irgendwo. Tiltet gar nicht mehr klar. Ich check da gar nichts mehr. Absolut. Der Lappen ist tot geworden. Echt so mal. Wir... Wollten sie eigentlich so machen, dass dann nicht mehr so viele Leute landen. Jetzt landen da viel mehr Leute. Als... Früher. Das ist bei dir auch alles so verpixelt. Nein. So. Nein. Ja, ich kack ja komplett rein. Ja. Nice. Ich hab komplett reingeschissen. Ich bin am Arsch der Welt. Also richtig am Arsch der Welt. Neu. 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 Achso. so ein scheiß liegt alter und gibt mir doch ich spiel ich spiel ab jetzt keine pump mehr wollte ich dir noch sagen irgendwann ist so ein spaß erregt mich gerade so auf kommt kommen auf ihren basis kommt er jetzt runter natürlich kommt er runter und ich habe ihn er genommen echt so manche alter was hat er für gut natürlich war dann natürlich war dann wahrscheinlich neun alter muss ganz groß herr von wo hat er die ganzen netz junger ich schätze gar nichts mehr auf ihrem bau das ist mir noch ein bick großartig großartig Ja, Moin, Digga! Die lasern mich einfach, komm! Digga, was bist du? Ja, von allen Seiten! Moin! Er hat Laser. Junge, wenn er finisht, dann hat er mega viel Ehre. Schaff, komm! Auf Ehre! Ehre! Du bist alter Ehrenmann. Zuhörtlich, nice, sehr schön. Ich hatte 6 HP! Ich hatte 6 HP! Für schon mal. Brauchst du die... Drumgun? Ja, ich brauch die, ich hab noch 1 HP. Nee, die kannst du haben, die kannst du haben wollen, ey. Ach, so gut. Ähm... Wie viel AR-Bund hast du? Ja, 1,4. Oh, ne, ich... Brauch keine Tactical. Aha, erstmal Loot zu teilen. Boah, Ehrenmann. Nice! Komm mal! Er lasert, er lasert sein Ur-Bus. Ja, er fiel nicht überwassen. Ehre geht raus! Häh! Jaaa, Junge, wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist er noch so'n Kack-Team, alter. Na, gib mir Diegel-Hit. Dress-Killer-Zwei-Leute. Und dann könnt ihr vielleicht mal mit mir zocken, Leute. Oder, okay. Einfach... Wir hatten heute grad... Also, wir hatten grad äh... In der frühen Spiel gegen die anderen Linken. Wir haben die... Wir haben die anders auseinander genommen. Ihre... Genommen. Warte, ich hab versprochen... Ich hab... Ich hab... Darf ich mal äh... Beim... Warte, schau mir mal nach. Ich schau mir mal nach. Okay. Okay. Wala, wala, wadda... Was geht, wan? Spaß. Hallo! Mit dir mehr? Ich nehme mal ein anderes Rhythm, als es war. Sieht anders hässlich aus. Ja, das sieht glaube ich schlecht aus. Siehst du ja. Wollen wir Team spielen oder ähm? Jetzt sprach Chat, wir müssen Party join. Warte ich grad dich mit Dings ein. Party time mit Ton verändern. Stresskiller wird neu gelaufen. Ich bin ja noch nie. 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 Bei mir kommt nichts an. Wir müssen Party Chat. Ey, wieso sind wir bei Finn in der Party? Ähm, Nonski? Warte ja, ich kann Finn kicken. Warte. Finn? Bist du jetzt alleine am Spielen? Ja. Du du. Dann kommst du nicht an. Ja okay, dann musst du halt auf meinen Arm klicken und dann auf Party. Und dann ... Bist du halt ... mhm, Party. Ah, dann schon mal Party time. Schau mal. Das ist geil. Ich schon mal auf Party noch. Die 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 Join my partner Die Wir Die 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 ein zuschauer digga jetzt bin ich heute wie viel traurig belastend bei mir sind 530 ja ich gucke ich gucke nach custom games gut und die ihr kostenlosen und hier ist mein Turnier mitmachen nämlich auch gerade aber das können wir wenn dann nur zusammen machen also du ich habe ein squad kostet du kostet bei mir radzissen ist okay wenn ich kurz eine runde mit einem vollen kasten games mache okay ja wir laden nicht dann später noch mal ein war okay tschüss ich gebe kurz ein er kann einfach parten doch einfach party lassen doch einfach party ich habe den code eingegeben drück einfach weil die ich habe auch kurz da muss ich so leute jetzt jetzt sollten wir kastehen was sind die regeln kann ich für uns mal okay heute kann mein gucci-pullover an oh mein gott ich habe ich habe gedacht das wäre meins für mir und checkt auch gerne los die ableute den verlinke ich euch auch noch ich weiß wie man es macht ihr auf dein handy bearbeite die oft dieses bearbeiten teil da dann kann man da so auf dieser tastatur gezeigt solche teile und da kann man einfach so link rein und ich habe dich auch in meiner beschreibung verlinke ich gehe auf teilen war also nicht auf teilen geht es auf dein account bei youtube ja dann geht es auf meinen kanal dann müsste ich gehe auf dein account ja muss einfach nur den link kopieren wir sind die kosten games runde bekommen ich bin kosten ja okay das dürfen wir überall landen ja wenn das war nie Shani, Shani, Shani. Du bist Schomi. Wie kannst du mich Dings kopieren? Wie hast du mich verlinkt? Ich will dich auch verlinken. Du musst bei dieser Beschreibung auf dein Handy gehen. Da musst du bei dir auf deinem Account gehen. Da müsste dann so ein Einstellungszeichen sein. Da müsste dann so die Beschreibung stehen. Da musst du halt da auf dieser Tastatur, wie du mich im Live-Chat verlinkst, auch dann so in der Beschreibung verlinken. Nein, gerade nicht, Paul. Ja. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe mich eigentlich auf WhatsApp blockiert. So. Nein, mein, ähm, meine Handy-Account-Daten ging mal weg und deswegen. So. Du hast jetzt wieder ein Handy? Ja, ja. Hast du aber noch alle Nummer oder sind alle weg? Deine bräuchte ich noch und von der anderen bräuchte ich noch. Bist du nicht bei einer Gruppe drin? Äh, nee, ist ja mega. Ähm, ich will, ja, Jungs, du kannst auch gleich, ähm, Kastens mitmachen. Monion. Äh, ja, okay. Dann möchte einer aber noch mitmachen bei mir. Bei mir möchte auch noch einer mitmachen, Stress. Also schaffst du? Ja, dann Hero of Time. Es kann nur zwei. Also deiner und meiner. Also Hero of Time. Aber Hero of Time konnte uns zwei nicht hören, nur über Stream hören, weil ich habe Sprachschätze fehlern, äh, Sprachbacken-Korten oder auf PC oder auf Part L über PC. Das nicht, wir auch. So viele wollen Kastens. Kann jetzt nur noch, das kann keiner noch mitmachen. Jan, du bist nicht so nah dran mit Kastens. Da bleib ich dir die ganze Zeit dabei, oder? Ja, ja, du musst ja dabei sein. Normal. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ich will Scream snipen. Das passt. Erst mal sofort ein Bann. Erst mal sofort ein Bann. Erst mal sofort ein Bann. Erst gut länge. Aber ich habe das jetzt in meine Beschreibung geparkt, aber... Ja, es kommt erst im nächsten Stream, wahrscheinlich. So. Sorry, ich war... Ich denk's Party, ja. Ja, okay. Arne? Nee, Arne wollte ja auch noch mitspielen. Ja, gut. Ja, Digga. So viele Kastens war. Oh, Drumgun, Digga. Oh. Geht mir auf den Nacken. Ich brauche. Mein Nacken. Joel hat geschrieben, dass er auch will, weil du hast ihn ja gebannt. Wer gebannt? Hä? Wo habe ich denn gebannt? Noch immer über He-Ma-Killer-On. Ähm, nachdings, ähm... Joel wäre auch On. So viele Long-Ski... Oh, hier Drumgun. Long-Ski. Ich hab die Drumgun markiert, ne? Ich hab den Langs markiert, ne? Ich hab den Langs markiert, ne? Ja, ähm... Er kann sich wieder stummen. Pro 1, weil sonst reden jetzt zu viele. Das wäre echt nett. Kannst du dich wieder stumm machen? Kannst du dich wieder stumm machen? Endlich stumm, weil sonst reden hier viel zu viele. Auf dem Kanal. Okay, äh... Äh... Mich halt gucken. Komm ich lasse mit grüner Erlen. Oh, grüner Erlen. Oh, grüner Erlen. Oh, grüner Erlen wird dich nehmen. Dung. Hä, Dung? Dann mal Einladung. Wir hätten gerade die Ehre genommen. Ja, chill doch mal. Wir werden mal eine Zone gehen. Wir müssen dann halt auch noch abwarten, bis der Custom hier wieder... Ja. Das ist Custom wieder, bis der hier zurück ist, also aus der Runde ist. So lange müssen wir ja noch warten. Der macht doch nur du, Customs. Oder? Leute, einfach nur du, Customs. Du, Customs. Du, Customs Turnier macht der. Ja, ich weiß. Wenn nicht, dann zocken wir alle mal Team. Ist auch nicht geil. Äh... Nicht geil, sag ich schon. So geil. Hast du den Battle fast nicht wollen? Ja, Schwitzer hat ihn geholt. Ich bin auch so dumm. Ich gucke auch die ganze Zeit auf dem Streams mal. Äh... Oh, Zone, ne? Da kommt auch... Nice! So ein Portal Rift. Digga! Kannst du da gerne eine Lila P90 stecken? Ne, kann ich nicht. Ja, okay. Dann muss ich ja liegen bleiben. Komm, lass hier zu diesem... Teil, wovon ich den Namen nicht weiß. Hammets Plattform. Ah, komm schon damit kriegen wir aus. Moine, Rien! Oh, ich bin der Berg in der Büch. Sie, ehre nicht von der Berg in der Büch. Sie von Julieta, Ehremann. Okay, Moin. Moin. Moine, und der macht Customs. Sag mal auch, Moin von mir. auch moment von uns die es war ein ganz bestimmter freund von uns nur langs gegen freund von uns macht customs die kassen wir sind gerade um zwei million euro dabei genau und und die customs enden dürfen wir halt auch benutzen deswegen wie viel hat mir die zone gegeben alter eger rocket er kann zu rocken nehmen minis kann ich stecken das ist unser freund und von denen dürfte customs nutzen wir haben ihn gefragt und ja aber jan aber du kannst ich kann dir den kottern in den chat schreiben und dann kannst du ja vielleicht mitzocken im bock hättest ich kann euch ja den kottern sagen und dann könnt ihr mitzocken dann jahren dann suchst du mit den pro 1 denkst du kannst du kannst uns beiden bei kassen machen nach der runde schicken im schicken ms an januar 308 ok also erfahren jan die 308 weil dann könnte ein großes job und dann ist alles klein und mit doppel ja jahren ein ganzes jahr video also großes jπ wieder ok nein jan macht mit joel schon also das hat sich schon erledigt schon erledigt aber mit einem abonnent von dir aber kann es ja vielleicht selber hast uns mitmachen zu wenden wenn man kommt man nicht rein sollte also die regeln sind kein stream seiten sonst dürfte alles machen und nicht dort landen wo ich dann also dürfte schon dort landen wo ich lande hat nur kein stream schreiben wenn er mit uns geben wenn er erst mit uns team aber dann lasst uns auch nur noch ich habe ich gleich den code in chat oder langs gemacht ist nicht mal dann ich bin in meinem chat rein ja okay dann spammst du okay hat man wieder auf tastatur stress jetzt hat man wieder auf tastatur nein guck mal das letzte mal reich mit der natur gezockt habe ein ganzes wort auseinander genommen erst mal ein ganzes gott ne ja es war auf entspannten anches gott gott ich habe kein job ich habe nur denkst die zone macht gut ich frage los geht was machst du digga nein 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 ja ich hatte das passt so du guckst wegen kasten du guckst noch den youtuber oder sonst hier warte ich mache noch mal ein ja ich gucke weiter bei ihm trotzdem muss gott was anderes machen da habe ich schon ein leute sind schmitzer an der runde bei denen ein freund von mir macht kosten kurz kommen zwei minuten von meinem freund auch rein auch wieder du und ist der code und wann kommt er also 50 und so raus ich meine wann ist er aus der runde raus ja sie sehen yo aber nun kann ich wieder wieder ok finde ich die 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 der co kommt gleich anemia Schreibt mal deine Kommentare. Darf sich der Code lösen? Warte. Warte. Warte, warte. 10 ist der Kur. 10 ist der Kur. 10 ist der Kur. Hä? 10? 1? 10? 10? 12? 10? 15? 16? 15? 16? guckst du immer noch den gleichen in kurzem war der falsche code wir gucken jetzt sehen den fein gemacht haben ich will noch mal sehen wir uns auseinander genommen hat alle beiden ist gleich die runde vorbei ich hoffe das ist nicht so schlimm dass sie jetzt kurz warten ist der ist noch nicht zu Ende die runde jetzt kommt leider über y t aber ist gleich vorbei ich sage jetzt leute dann machte bitte ready bitte nicht dass dann zu spät ist peter ja peter ja hab schon ja das stammt oder ich habe mich schon gerne lieber in welchen kauf hast du noch drinnen langsie ich habe noch immer den von youtube so ein freund ja vom kopf ist und den auch die kasten zu nutzen dürfen so jetzt chill mal ein bisschen leute wir entspannen uns noch ein bisschen dann wurden die sommer sehen bei ihm noch zwei leute und dann die drei leute so kann man entspannen so kann man entspannen und steht doch jetzt mal ich hab ich hab euch den Code reingeschrieben du schreib mal rein ob du um bist jetzt äh Akkoffe und Games spammt den durchfallen moin Leon moin also in den Custom Games Code reingemacht hat dann schreibt ja für Kastens den Kill Halt der Moll doch einmal verhaust du mich ich kill dich schon er kann sie so ausmachen gedummt nämlich killarli 84 ja ich weiß 1 Uhr noch das wird verkaufen er flext er flext seine Mutter digga er flext um seine Mutter er flext oh mein Gott Apokalypto Lukio und Apokalypto ahja ok leute macht euch bereit es sind noch nicht ready drücken leute teilt den stream gerne mit euren Freundinnen so es würde mich auch sehr freuen ich hab mich geäten heiße der Kürze ich hab ja ich hätte nicht gleich frau ob wir ziemlich hart noch der Kürze ich hab ihn mal geädelt ich glaub der hat mich gelöscht so leute jetzt warten wir mal kurz oh der Worte schreiten rein als du und du kosten schreie schraubt und chat rein möchte wie ist der Code noch mal Y und T Rassistin oder okay ready drücken wie ist ready drücken wie ist ready drücken Lonsi ist ja okay der hat schon ready oder ne okay ähm wir können jetzt Lonsi mach so schnell ready warte kurz müssen wir nochmal gleich nach der Runde weil dann muss ich gleich nochmal bei meinem Freund nachgucken ich muss kurz nochmal nachgucken ich muss kurz nochmal nachgucken ich muss kurz nochmal nachgucken ja ähm schreib mal rein ob du ähm auch bereit gedrückt hast so das ist der Code okay ähm aktuell auch Jan aber man müsste abonnent das kanal drin und so und die einzige regel ist kein stream snipen kein stream snipen Leute ja okay Jan kein stream snipen Leute Jan es sagst du bitte auch Joel wenn er nicht den stream hört kein stream snipen ihr könnt zwar bei mir landen und mir Mets geben und Munition und so alles geben ähm und ja und dann lassen wir euch auch in Ruhe ihr könnt ganz normal zocken und ja und dann geht auch gleich schon los hey es tut mir leid aber die wollen halt alle Kasten guck dich nochmal drinnen wenn die Customs wollen dann muss ich das machen warte mal es ist kein hate es macht kein hate muss ich das auch machen was guck mal zu darf ich aber trotzdem im stream schauen aber nicht stream snipen ja du kannst ruhig machen du kannst was wir nicht schauen oh sieben zuschauer Leute moin an alle Peter du kannst was wir schauen oh du kannst was wir schauen und dann gelongst die viel deine Werbung für mich ne Peter Dank gelongst die viel Spaß also ihr könnt zwar den stream ruhig schauen aber bitte mich nicht stream snipen Leute und mich auch nicht beiden bitte auch nicht und weil auch läuft ähm Munition Holz und Waffen dürfte mir halt geben aber müsste nicht wann hat er gestartet wird Digga mein friend boy es geht gleich los gleich gehts immer los es geht gleich Spaß oh oh du kannst du da nix du kannst du da nix du kannst du da nix 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 also ich wir müssen alle eigentlich reinkommen heute sind sie wenig dann müssen wir eigentlich reinkommen 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 6 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 11 10 10 11 12 14 15 15 jeden renner ich hoffe ihr seid auch gröner es ist aber uns landen und materialen waffen munitionen können wir machen los dieser hat nein okay seid ihr auch drinnen leute nein nein da ging zu viele in das ja das paradise sehe ich schon wie um streams neun kommen dürfen wir ja gut aber wir verlassen wir dann auch also die jener dann von uns weg bei uns dürfen wir aber bei denen ich ja aber aber die dürfen uns ja materialen und so alles geben das ist aber kein stream schneiden dass man es schon schaut und da werden zu denen kommt und also Papa Papa Paar Mann ich sollte mich mal leute ich schwang hier mehr Ok ich schwang hier mehr Ok ich schwang hier mehr ok und kommen jan und johann und so ihr dürft zu uns kommen und material und zu geben aber ihr dürft nicht einfach zu uns kommen und dann uns killen sondern wir verlassen euch dann auch noch also gern woanders hin und sie jemand mit mir den du turnier spielen wenn ja leute edit ihn und dann kann und dann können fragen ob er mich noch als freund hat er mit zocken der hat sich bestimmte freund und da könnte ich stimme mit ihnen hier mit zocken und es leckt bei mir wieder so um nicht nur ist und hier ist keine sau gelandet meiste sonst ich muss mir nie naja doch hier ist einer gelandet galaxy galaxy kannst du dich an ja m gelalie war glaube ich galaxy skin ich glaube das kille ali klar ließ galaxy skin gelalie geht klar ließ galaxy skin ist da oben nein war nicht klar ist die youtube lustiger gemacht da bin ich nicht nicht sein sein mädchen oben ihr habt ihn vor der er ist noch ein mini das ist der kanz und und sie sind noch drei minis ich habe das dann für zonen die mann nicht verbrauchen oh mein gott ich hatte gerade fast geschossen ich wollte ihn eigentlich denkst du nur vor dem aber nicht geschafft dann gehe ich auf meinen anderen auf youtube ich das bin ich nicht aber jetzt im anderen account ist so ich weiß nicht er ist doch vorziehen wir können dann eigentlich ganz gechillt in die runde gehen er ist damit von 3000 jahren alles easy ich habe jetzt ich habe auch gern wie heißt der code ich schreibe den euch gleich in die mini dann könnt ihr mit zocken oder ich habe ich dir jetzt schon aber erst wenn ich sage ready dann macht ihr ready das ist der code und das ist der code er die zonen der und schäden er lieben so eine röds dinge hier ich habe ein ding kochiko ich nehme nur noch rox rox skin okay dann weiß bescheid ich frage mich eben ob jan und joel schon tot sind das ist meine frage so hart gekleppte sind eben nie wir leben was die die leben noch digga die leben also noch ist ja nice warte es unten war vorher dann und ab jetzt uns bitte nicht streams leiden und uns dann killen also ihr dürft zu uns kommen oder so droppen aber sonst wer ist das bei mir stopp ok das war keine ich bin jetzt aber ja komm her komm her ist er bei dir und sie hier baut warte sowieso boden aufbauen kommt nicht pushen ok sind es selber gerade gerne einmal die team an die team warte wenn die team dann melde ich die ok die ziemlich doch die tieren kommen diese wollten hinterher fliegen wollen eingemacht hat und dann wir leben ja ich weiß ja aber töte den mal sehen wir hier gerade zu gucken den dürft ihr streams leute dass das joy ist ja ja da warst du in die oder doch die als aber unten ich glaubte er war der weiße fußball skin ich bin nicht sicher oh gute hübsche details welche farbe habt ihr als fußball skin ob es schuld ist glaube ich schön nein so ähnlich doch das heißt noch immer gelockt nein es war nicht schön okay ich habe jetzt auch ein bisschen gestorben liga nice Oh, Nosekin? Jan ist einer von euch Nosekin? Ne, oder? Ihr beide seid Skins. Okay, beide seid Skins. Ja, also ihr beide seid Skins. Ja, also ihr beide seid Skins. Und zwar. Ja, also ihr beide seid Skins. Ja, also ihr beide seid Skins. Ja, also ihr beide seid Skins. Und zwar. Ja. Wo seid ihr eigentlich gelandet? Wo seid ihr eigentlich gelandet? Lonely? Ah, ok. Er hat uns, äh, er hat die Fesseln gebaut auf dem Berg. Und wenn ja, dann haben wir euch gesehen. Ne, ok. Ne, ok. Das ist auch gut. Das war gut. Oh, wie er den einfach gesnabbt hat. Oh, wie er den einfach gesnabbt hat. Oh, so ein Punkt, die gibt er dafür. So ein Punkt, die gibt er dafür. Lonely? Ja. Ja. Was machst du? Warte in der Lobby auf dich. Ok. Ok. Da wurde, da wurde, da wurde Jan wie ein Bob. Das ist richtiger Jan. Der richtiger Jan. Der richtiger Jan. Richtiger Jan. Der andere ist Joel, glaube ich. nicht. Oder unten, oder unten sind noch welche. Oder die unten. Na, ähm, Jan wurde gekillt. Ähm, äh, ähm, Jan hat, Jan wurde gekillt. Ähm, Joel hat einen geholt. Ähm, ähm, Jan wurde gekillt. Joel hat einen geholt. Wir haben noch gekillt, Joel hat einen geholt. Wir haben noch gekillt, Joel hat einen geholt. Wir haben noch gekillt, Joel hat einen geholt. Oh, ähm, Joel hat, ähm, nochmal zwei Leute geholt. Ich komm gleich wieder. Na, Joel und Jan, ihr müsst das gewinnen. Ich komm gleich wieder, ich geh kurz retten die Welt. Aber wenn's vorbei ist, dann kommt wieder Dings rein, okay? Mhm. joel lebt noch und so du bist jetzt fertig oder lebst auch noch weil du es auch genug oder hat joel ich wieder geht ihr müsst aufpassen leute ihr seid im high ground aber und die anderen sind im low ground könnt ihr die eigentlich die sich sagen den tod acht jahren scheiße jetzt noch noch kommt joel das show meint so ja ja selbst ist gelder das Privatfassig an Leine sind nicht Joel weil der Leben noch 2 ich hatte ich ein das als er die getroffene ein Tag über den Zornbruch ich wir haben sich über die Kommen ja kann ich ja nicht weil du auf Hufflanger gezeigt bist ja ich hab die als Epic Freund kann ich ja nicht weil du auf Hufflanger gezeigt bist ich finde dich aber nicht auf Epic Freund ich finde es X ist schon klar da X bei den X bei den X ich finde dich aber nicht auf Epic Freund ja geh weiter runter bei X warte ich lade dich mal ein X the Legend und ich stelle dich doch mal online dann kann ich ich sie einladen ich lade dich ein nein ich stelle ich einfach nur online kannst du mich jetzt ändern äh wie heißt du denn oder bist du Dings ähm 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 ich habe hier ich habe hier vorzüge ich werde dich ähm hast du dich online gestellt da 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 unterstrich da 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 arma das he es ist auch gestorben neaaain schade java auch tot ah Mist schade schade wirklich schade macht spaß macht bock die ganze zeit ist mir beigetreten ich hatte ich die ganze zeit ein stelle ich auch einfach online ein wieso wird vom online ausleihen anstellen anzeigen sein noch jetzt kommen er guck mal da hast du fragezeichen bestimmt von x lonski geht jetzt mach mal das pad lonski jetzt macht doch die kurze freunde ich höre freunde ja da oben drückt das pad hier runter weiter 20 gruppen jetzt junge guck doch einfach ich trete nicht bei dann hat mich über die du kleiner und stehe ich doch einfach online ist es denn so schwer 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 öffentlich ich bin schon beim bei ja noch mal gar nicht mal gar kein öffentlich ich habe doch öffentlich da wird sie endlich denn wir können noch nicht zocken ich muss erstens noch in lonski zocken aber ich habe die code in chat geschrieben und dann kannst du auch dings auf duo öffentlich also auf duo aufhören und dann kannst du mit zocken also kannst du zu verlassen in lonski zu verlassen kopf und wenn die youtube war in hier startet die drücker die drücker die hat gestartet und die ich habe die gedrückt das wird nämlich angezeigt ihr müsst auch noch wenn die machen möchte ihr habt ja auch die leute ein und die man dann ist gleich leute Ja, da war ich mir 100.000 Euro Excuse me, was du dum? Ich hab's dir heute. Ich hab's dir heute. Ich hab's dir heute. Du kannst auch einfach auf Duo aufhören machen und dann kriegst du einen Duo-Partner. Du kannst zwar zu uns kommen und uns waffen und so alles geben, aber uns dann töten ist nicht, bitte. Ausmachen, Longsky, ausmachen! Das ist schon ein Copyright, sorry. Please excuse me, what the fuck? Ich schwöre, hässlich sind's ganz heute am Shop. Ich hab Rocks als Skinner. Okay. 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 Oh, Junge. Was ist denn das hier die ganze Zeit für ne Scheiße? Fizz. Ich schwöre, ne? Ja, okay. Nice. Ich würd sagen, wir landen... Duscht die Dovid. Lass mal hier Sunny. Sunny. Sunny, komm. Komm, lass, äh, Sonne. Ihr könnt zwar zu uns kommen, Leute, aber uns dann killen bitte nicht. Buy you bull in me. Mein Ruf ist doch besser, ne? Wir, wir, wir. Keiner will mit mir spielen. Doch, wir, ähm, ich will ja gern mit dir spielen, aber, ähm, ich bin Longsky, wir haben halt schon ausgemacht, deswegen. Komm, wir schon mal. Ach, Digga, es kommt nicht mehr. Dann kann ja nachher zocken, wenn du nicht willst. Hier kannst du nicht. Ich war gleich zuvor hinten. Hier habe ich gleich zuvor hinten. Hier habe ich gleich zuvor hinten. Blödschaft. Oh, Skalibol. Ist keiner, hier ist keiner gelandet. Oh, Helmer Killer hat sich selbst zum Boden gebracht. Nice. Die war klar, wurde runtergeschossen. Ja, und was war da los mit Joel? Ich freu mich gerade auch. Ja, was war da los? Darfst da streiten? könnt ihr einen ein sucht es gut spielt und sie guckt bestimmt gleich nach ich kann ja nicht reinschreiben keine ahnung wieso ich mir dienst in guter leute aber das ist ein bisschen wie hat er was welchen diese zehn frau hier ich habe die beste hier soll zwei slurps zwei bg und drei minis was war dann mit joy los er hat mich erst auf gelöscht und dann zufrieden janni wurde auch gekillt sagt man er soll in der runde bleiben ja eben bleibt in der runde und kuchen zu kann sie mal kurz sagen was am anfang mit joy los war sind die schon wieder sagen was am anfang da mit joy los warum darunter gefallen ist die hunderte pindiger die noch eine die noch ein was wir jetzt mit denen noch ein was wir jetzt mit denen noch ein und noch ein ja was meinst du denn ich habe den fall was was war an am anfang mit joel los warum ist er so früh gestorben zwei traumskins die haben euch gekillt gleich am anfang und warum baut er sich auch hoch wenn dann weiß man hat nichts zu fliegen aber ist jetzt auch egal zeigt die beide noch in der runde also guckt uns jetzt noch zu also ihr guckt uns ja gerade nicht zu sein andere so dass jay geläftet so mit kann ich jetzt noch geht's wieder jetzt haben schon wieder sound gehört das mutige sind jetzt gelöffnet ich weiß nicht hat noch schon wie am bg digga ich kann nicht denken ich habe treu junge habe ich schon gesagt und hör mal auf zu fragen nein ich meine ja nicht nur du sondern auch joel und so ich check es ja nicht weil er soll wie am bg digga ich bin es jetzt mit die die lag ich kann mal 6,6 mini ja 6 minis und zwei bg ist eigentlich drei aber den einen den bg drop man den bg drop man die bg hat sie noch mal junge alter man ist das nur kärnten und das ist noch schist wui oh schon yaka eke ich und ich ja wo sind die grad in die ihr zu guckt wie du zu kurz wo sind die grad weil da können wir die tüten oder er sagt wie heißt er meiner nicht wie heißt er waren wo sind sie paradise paradise sind sie müssen jetzt eigentlich die zone dann können wir die abfangen eigentlich so was haben wir hier gebaut oh mein gott ein riesen fisch geil diese riesen fisch einfach so mein neustiger wirklich ja ... ... ... Oh, ich schaue. er hat mich egal wie auf den scheiß finnisch kajau ja digga mann 22 hp du bist ich bin so schlechter da wirklich so bist du ja ich hatte nur schlechten waffen alter und ich hatte da noch kein mess mehr und so alles ich gucke jetzt nach anderen kastens das hier können wir die nehmen gleich leben nur noch 3g bei ok kommt im letzten es kommen neue kastens leute mein kassel code wie wir zu den anrufen ich glaube ich war es jetzt auch mit kastens ja ich weiß ich weiß nicht ob das ist dann schreibe ich code rein eigentlich das wird immer und kommt ja überhaupt noch online hier leute es sind zwar nur zehn leute im stream bei ihnen es sind auch nicht so viele dann auf der mail alle tippen landen leute das ist eine von ich glaube ich rufen Ja, ist der Kord. solle turnier also solo kosten muss ich euch schon kurz kicken ist sofort sie das ist so nah das soll pro kasten die code today Das ist, äh, Thanks Custom Leute. As Leute als die Code ist. Say the code. Say the code, Bro. Say the code, Hülle. Warte mal kurz. Joel? Moin. Ey, ich bin stressbar gerade Solo-Customs. Wir sind gerade bei Solo-Customs. Kannst du mal den Code sagen? Kannst du dir mal sagen? Ich weiß noch nicht. Ich guck bei stress ins Stream. Weil... Ja, warte, ich bin gleich wieder da. Ich geh kurz Party-Chat. Ich bin gleich wieder da. Ich wohne in München. Ach so, gut, gut. Ich bin gleich wieder da. Was ist der Code nochmal? Was ist der Code nochmal? Warte, ich guck einfach in deinen Stream. Doch. Das ist der Code, Leute. Code der... Verlassen wir das, ähm... 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 Dings, der Code ist... Un... Äh... Q... U... I... Troll... 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 Well... Ja, ich bin noch da. Okay, äh... Hat er... Hat er schon den Code rein geschieben? Ja, der Code ist U-N-I, also U-N-I-Q-E, also Q-U-E, Q-O-E, ja, also der ist anders, Q-O-E. Oh, dicker! Oh, nee! Ich komm nicht in den Maut rein, ich komm nicht in den Maut rein, Digger, brech ab, brech ab! Oh, nee! Ich komm nicht in den Maut rein, Digger, brech ab, brech ab! Digger, ähm, das, 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 das vorne des U, vorne des U ist groß, ne? Digger, ähm, das, das, das vorne des U, was ist das? Ja, warte, schon voll, 59 Spieler warten. E, Q, O, U, E. Hä? Was ist das jetzt für ein Faker? Nein, niemand kommt in die Runde. Hä? Was ist das jetzt für ein Faker? Nein, niemand kommt in die Runde. Uniquil. Hä, Digger! Ähm, guck mal nach dem anderen. Hä, bei mir waren der Spieler 58. Hä, Digger! Ähm, guck mal nach dem anderen. Bist du drin? Also bei mir wartet es noch, 62 Spieler. Unu, uniquil. Wun, un, 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 quil, warte, warte, ähm, großes U. Ja. 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 I. Ja. Ja. I oder Ee. E. E, I. okay habe ich so ich möchte mich auf die ganze ist das für ein faker jetzt da kann das lefte die gerne ist es vielleicht war es der das ist von einem gedrückt hast du annehmen gedrückt du musst dir erst annehmen habe ich aber es geht ja nicht jetzt den spieler der auf 14 gelassen alle zählt oder ich habe die tippe mein letzte digger ja ich muss man schon aus dem lade weg hier gleich jetzt kommt es kommt jetzt ist du da nicht ja die ganze die ganze lange geteilt jetzt erst mal okay tschüss tschüss die letzte jetzt oder du kannst eben die worten los die möchte jetzt und da wollen uns die ja möchte ich bin ein mensch und ein lauch ich bin jetzt weil sie konnten ich stimm dich ne ich stimm dich ne er ist nur gegen zettel Läfte jetzt, Lonski. Ich bin mitten im Fall verhangen. Läfte doch dann einfach, dass die den König bekommen. Lonski. Läfte doch dann einfach, dass die den König bekommen. Lonski, ich... Es ist langweilig zu warten, ja? Denkst du? Ich wollte auch. Ich hab auch immer früher gewartet. Läfte einfach. ich will erst mal mord wegnehmen so warte das top so ich hab zwei kehl starten ich lasse mal kindern spaß das top ist halt so warte ich hab jetzt mal heil ich hab noch immer mordläger ich versuchte aber gerade in moderne zu nehmen die lefte jetzt oder bei mir ist gerade eh ein gegner und die fliegen eh so hä 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 sehr gut ich muss auch mal schauen jo hau rein du Pisse alter ist jetzt Justin beleidigt lustig lustig lustig